Mein persönlicher Kink – Demut durch Zuschauen In seiner devoten Rolle, die Eike über alles liebt, wird er von seiner dominanten Frau auf einen direkt neben dem Ehebett stehenden Stuhl verbannt. Er soll während der Kackholt-Session demütig dabei zusehen, wie sie die aufregend nasse Pi-Erotik mit einem fremden Mann genießt, die sie schon wieder viel zu lange vermisst hatte. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de